Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch myTH-DECK vorstellen. myTH-DECK ist eine Übersichtsplattform für Studierende und MitarbeiterInnen unserer Hochschule. Auf myTH-DECK habt ihr eure Vorlesungspläne, eure Mails und den Speiseplan der Mensa und natürlich noch so viel mehr, alles auf einem Blick. myTH-DECK findet ihr entweder über die Eingabe des Links oder über das Personen-Icon rechts oben bei uns auf der Webseite. Um myTH-DECK nutzen zu können, müsst ihr euch natürlich anmelden. Das sind ganz einfach die gleichen Nutzerdaten, wie beim iLearn oder beim Primus-Portal. Einmal angemeldet, erscheint myTH-DECK nun auch als zusätzlicher Reiter im Menü bei euch auf der Webseite. Und nun zu myTH-DECK. Oben auf der Seite findet ihr immer die aktuellsten Neuigkeiten und werdet auch an wichtige Termine, wie zum Beispiel die Prüfungsanmeldung oder die Rückmeldung erinnert. Direkt darunter findet ihr auch schon die Hauptattraktion vom myTH-DECK, die Kacheln. Wenn ihr auf eine beliebige Kacheln klickt, zum Beispiel Prüfungstermine, dann kommt ihr natürlich auch auf die dazugehörige Seite bei uns auf der Homepage. Die Kacheln könnt ihr natürlich nach eurem Belieben anordnen und verschieben, indem ihr auf das kleine Rädchen hier oben klickt. Wenn ihr mit eurer Auswahl zufrieden seid und sie speichern wollt, dann klickt ihr auch auf das Rädchen. Außerdem könnt ihr euren Vorlesungsplan auch selbst zusammenstellen. Ganz einfach euren Studiengang und euer Semester auswählen und eure Kurse suchen. Übrigens können hier auch eure DozentInnen eintragen, falls es zu Raumänderungen oder Ausfällen kommt. An den Farben erkennet ihr, um welche Art von Kurs es sich handelt, ob virtuell, Übung oder Vorlesung. Natürlich müsst ihr für myTH-DECK nicht immer euren Laptop rumschleppen, sondern es funktioniert auch wunderbar gut auf eurem Smartphone. Bis zum nächsten Mal.